So, also jetzt geht's los. Triptychon, schön dicke Grundierung hier, Matschepampe und drei verschiedene Leinwände, die auch an den Seiten schön angemalt werden. Das Laviolymph begleitet mich. Und ja, ihr seht, das wird was Freies, ein freies Kunstwerk. Hängen wird es an der Ostsee und da möchte ich noch ein bisschen was von dem Zuhause hier mitgeben, damit es dort gute Energie jederzeit hinterlässt. Genau, und da kann ich nachher auch sprühen mit Produkten, mit Spachteln. Mal gucken, was ich da so mache. Ihr werdet ja das Ergebnis dann sehen. Ja, einen wunderschönen Tag für euch alle und freue mich, wenn ich positive Feedbacks bekomme. Hier sprühe ich noch ein bisschen gute Energie dazu. Mal sehen, was das damit macht. Nö, noch nichts. Aber vielleicht nachher, wenn ich Mineralien verwende, die mit einarbeite, dann könnte das was bringen. Alles klar, dann bleibt dabei. Bis dann. Tschüß!